Wieso bin ich hier so weit geblendet? Das glaube ich nicht. Was hast du geschossen? Eine Flaggenate. Von dort hinten, wirst du mich verarscht. Ich habe ja gar nicht gesehen fliegen. Du bist doch auch ein Cheater. Ich habe es auf dem Video, wenn du es siehst. Ich habe die 3-0 Kopf getroffen. Aber genau, ich hoffe, du hast die Zeit gehabt. Ich bin aus Reflex nach rechts und geschossen am Trophäe. Ich habe es noch nicht gesehen. Die Trophäe und die Trophäe und die Trophäe sind immer noch die Anzahl. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe es gemacht. Ich habe es geschafft. Ich habe den Schatten gesehen und abgedrückt. Wie viel hat er abgezogen? Das ist ein Kappschuss. 50er? Das ist ein Kappschuss. Heute wird das Kappschuss. Das ist ein Kappschuss, das ist ein Kappschuss. Der hat schon einen Kappschuss. Das ist ein Kappschuss. Das ist ein Kappschuss. Du bist schon sehr? Was war das denn? Hey, hey, nein! Hey, nein! Komm, du bist ein Cheater. Komm, du kommst aus der Kasse. Du kannst doch das schöne Video anschauen. Ich kann sich doch nichts an. Na komm, Add a'. Komm, Accessi. will you go you they? Ch Keine doğr ich hau aggressionen rüber Oh jetz Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Glaub ich jetzt nicht das Glaub ich jetzt nicht was ich jetzt verschillt habe. Hä? Hä? Du warst hinter dem Panzer? Bist du jetzt der Waco? Wie bist du? Ja wie bist du Waco? Weißt du ganz genau was mit der Dame im Holzkopf? Ja komm ich bin an dir vorbei gelaufen. Bumm leck mich am Arsch ey. Möchtest du mir sagen dass du überlebst und ich nicht? Oh kein Schuss mehr. Ah! Ha 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 ha! Hey Dai! Das ist ein Läckchen, das ist ein Läckchen! Das ist ein Läckchen! Hey! Das habe ich gerne angewiesen, dass das jetzt kommt. Scheiße! Ich hätte mich voll verwirrt. Ich habe gegen die Wankel gehört. Das war so geil aus. Das war so geil aus. Gute Grenade! Grenade! Ja! Aber Gott! Vorher bin ich auch in dieser Wand nicht lang gelaufen. Du schiessst runter und killst mich. Ja, du musst wieder runterziehen. Hast du mich schon getroffen? Ich bin noch auf 20. Gut, jetzt Healpack. Ja komm, leck mich am Arsch, hey! Jetzt, wenn du ihn überlebt hast. Ich bin noch auf 20. Oh, mit 50, hey! Nein, unglaublich! Du sagst, du bist noch auf 20. Ja. Den hast du einfach kein Eindruck. Den habe ich von dir bekommen. Ja. Komm, hey! Ich habe jetzt auch ein Raketen hier runter geschossen. Du musst mich verarschen, hey! Nein! Dreh jetzt halt zu kleben! Ja! Ich habe ihn mit. Ja! Da ist es so gut. Ja! Bis zum nächsten Mal.